Herzlich willkommen zu unserem HV-Talk, dieses Mal zu Henkel und vor allen Dingen mit Frau Benner-Heinacher, unsere Henkel-Expertin, die schon für eine sehr lange Zeit die Henkel-Hauptversammlung besucht und deswegen genau weiß, was bei Henkel war und was bei Henkel ist. Und natürlich wollen wir auch wissen, was kommt denn bei Henkel. Und vielleicht machen wir es so, dass wir direkt einsteigen, aber erstmal schön, dass wir das hier zusammen machen. Ja, vielen Dank, Herr Tüngle, herzlich willkommen. Wunderbar. Also, ja, ich fange mal sehr breit an. Wie läuft es denn bei Henkel? Wie ist es denn gelaufen letztes Jahr? Ja, also man muss sagen, trotz der Pandemie ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Ja, wir haben beim EBIT minus 23 Prozent, aber insgesamt sehen wir eine robuste Entwicklung und als Aktionär können wir eigentlich auch ganz froh sein, dass es das Trostpflaster der Dividende gibt, denn 1,85 für die Vorzugsaktie, das ist dasselbe Niveau wie im letzten Jahr. Und das ist natürlich bei einem nicht ganz so gut gelaufenen Geschäftsjahr eigentlich eine tolle Sache. Ein Signal der Stärke? Ein Signal der Zuversicht? Auf jeden Fall. Wir liegen ja an der oberen Bandbreite bei der Dividendenpolitik. Und ich glaube schon, das ist ein Zeichen nach vorne auch, dass Henkel gut aufgestellt ist und auch die Pandemie gut überstehen wird. Aber wie in jedem Unternehmen wird es auch bei Henkel Baustellen geben. Vielleicht können wir mal ganz kurz ein, zwei Baustellen durchgehen, in aller Kürze natürlich. Aber was ist die Transformation vielleicht auch? Was sind denn die Baustellen bei Henkel? Ja, Transformation ist ein Riesenthema. Da gucke ich auf den Bereich Klebstoffe, denn das ist ja der wichtigste Geschäftsbereich. Da sind wir ja abhängig von der Automobilindustrie und von der Luftfahrtindustrie. Das ist nicht einfach, aber ich glaube, Henkel hat die Zeichen der Zeit erkannt, setzt auf Transformation und macht jetzt alles in E-Mobility und denke mal, geht in die richtige Richtung. Anderes Thema war USA im letzten Jahr. Da hat Henkel erhebliche Marktanteile verloren. Aber auch hier besteht auch gute Hoffnung, dass sich das ändert. Das Management ist ausgetauscht worden. Da wird jetzt nochmal Gas gegeben. Aber wir werden wahrscheinlich erst Mitte des Jahres wissen, ob es läuft oder nicht. Beautycare habe ich noch vergessen. Das ist so ein bisschen das Hockenkind im Konzern. Da reden wir schon seit vielen Jahren drüber. Natürlich haben die auch gelitten unter den Schließungen der Friseurläden. Das ist ganz klar. Aber da gibt es noch andere Probleme. Da gibt es die Frage, brauchen wir so viele Marken? Brauchen wir Diadermin? Brauchen wir Terramid? Sollten wir da nicht ein bisschen mehr bereinigen? Da wird es einen neuen Vorstand geben ab 1. Juni. Und ich glaube, da wird auch das Ganze dann in eine andere Richtung gelenkt. Aber wenn ich das zusammenfasse und wenn ich Ihnen zuhöre, heißt das ja, wir hatten ja die Kaspar-Rorstedt-Zeit, die große Zeit von Henkel. Dann kam mal eine Delle nach unten. Und jetzt ist der neue Vorstandsvorsitzende, der ja auch nicht erst seit gestern, sondern auch schon fast zwei Jahre wieder da ist. Da merkt man schon, der hat seinen eigenen Stil, seinen eigenen Weg. Das merkt man. Doch, er kommt ja natürlich aus dem alten Vorstand, weil er ja Finanzvorstand vorher war. Ja, aber ich glaube, so wie ich ihn jetzt gesehen habe, ist er sehr down to earth und weiß schon, in welche Richtung es bei Henkel gehen soll. Und ich glaube schon, Stichwort Transformation, dass natürlich Digitalisierung da eine ganz große Rolle spielt. Und das ist ja im Moment das, was man auf das Pferd muss man setzen. Ja, interessant. Wir sehen ja viele CFOs, also Finanzvorstände, die dann in die Rolle des CEOs, des Vorstandsvorsitzenden wechseln. Denn das klappt nicht immer, aber hier scheint es zu funktionieren. Und das freut natürlich. Mit dem Blick auf die Hauptversammlung, das ist ja der HV-Talk zur Henkel-Hauptversammlung, wollen wir nicht über das Operative sprechen, natürlich auch über die Hauptversammlung. Was, über die wir dann haben wir schon gesprochen, aber was erwartet uns auf der Hauptversammlung? Ja, also wie bei vielen Gesellschaften haben wir auch hier die Billigung des Vorstandsvergütungssystems auf der Tagesordnung. Wir als DSW haben uns das genau angeschaut und geprüft und haben festgestellt, das ist eine wesentliche Verbesserung des Systems zum Alten, im Vergleich zum Alten. Wir werden deshalb auch zustimmen. Und dann haben wir noch die Vergütung des Aufsichtsrates und des Gesellschafterausschusses bei der KGAA auf der Agenda. Auch hier werden wir zustimmen, denn die Höhe ist im Wesentlichen dieselbe. Was wir auch nicht immer sehen, oftmals wird der Schluck aus der Pole genommen. So, jetzt haben wir über operative Themen, den Erfolg, die Veränderung gesprochen, über die Hauptversammlung. Zum Schluss, das ist Tradition, wollen wir auch nochmal sprechen, was wir denn sehen, was Sie sehen, Frau Benner-Heinacher, auch nach vorne. Die Aktionäre, wenn man auch auf den Kurs guckt, was darf man hinterher erwarten? Ja, also ich fange mal einfach an. Die Prognose, die Henkel gegeben hat für 2021, ist sehr vorsichtig. Natürlich auch wegen der Pandemie, das ist klar. Wenn wir aber jetzt mal schauen, wie die vorläufigen Quartalszahlen aussehen für Q1, sind wir eigentlich optimistisch gestimmt. Klebstoffe plus 12,5 Prozent beim Umsatz. Das heißt, das geht schon in die richtige Richtung. Und da muss ich ehrlich sagen, da erwarte ich mir jetzt auch so ein bisschen einen Push beim Kurs der Aktie. Wir liegen ja jetzt leider immer noch unter den 100 Euro, aber Zielmarke sollte 110, 120 sein. Das ist die Richtung und ich bin zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Jahren auch erreichen werden. Sagt Frau Benner-Heinacher. Und ich glaube, Sie haben auch einen guten Eindruck bekommen, warum Frau Benner-Heinacher das sagt. Und ganz lieben Dank, das war sehr interessant. Wir reden oft über Probleme hier in diesem HV-Talk. Ich hatte fast den Eindruck, wir können jetzt zuversichtlich nach vorne schauen und Henkel managt das eigentlich ganz gut. Für Corona können die auch nichts, aber man muss halt die Krise dann auch managen können. Und auch das, hatte ich den Eindruck, hat Henkel eigentlich ganz gut gemacht. Und in dem Sinne wünschen wir Ihnen viel Glück und Erfolg mit der Henkel-Aktie. Ich sage herzlichen Dank, Frau Benner-Heinacher, für den Talk hier. Vielen Dank, Herr Tüngler und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Tschüss. Tschüss.